mit mir der winkmann beim letzten mal haben wir den konvoi köder gespielt das erfolgreich leider erst im zweiten anlauf aber hey wir haben es gemacht gern geschehen so was haben wir denn bekommen vielleicht dass wir beleben tempo na hoffentlich nicht kahntheit sie sind etwas schneller brauchen wir das gar nicht das brauchen wir nicht vielleicht ein andermal aber jetzt nicht jetzt kommen wir es echt nicht heute über ein live Machen wir. Smiling Jacks Diner. Wir fliegen natürlich wieder, weil es leichter ist. So, das ist die vorletzte Folge für heute von meiner Aufnahmesession. Weil ich bin müde. Also bringen wir es einfach zu Ende. Ne, Kids. Ne. So, wir begeben uns zu Smiling Jacks. Und schauen mal. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Sorry. Ja. Ähm. Die Fahrten dahin sind immer so lang. Das ist das Problem, wenn man so eine große Welt hat, dass die Fahrt immer so lang dauert. Und absetzen. Was ist das? Du musst das sehen. Das ist das Problem. Und mit uns live ist der Mann, Eddie Kilbane Friar, danke für dich hier, Eddie. Mein Lieber, Jane. Und bitte, nimm mich Kilbane. Sehr gut. Kilbane, es gibt einige, die sagen, dass du ein Kriminell bist. Nein, nein. Jane, mein Lieber, bitte. Die Saints sind Kriminell. Nimm mich Eccentrik, aber ich bin nur ein Unternehmer-Business-Business-Business-Business-Business-Business-Business-Business. Auf geht's. Yep, he already is. Oh, 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 oh. Okay. So. Dann, gib Stoff. Kids, gib Stoff. Hey. Ein Wrestler. Wir sind hier, Kidsie. Was ist nächstes? Ich setze dir Koordinaten zu viele Radio-Towern. Halt zu der ersten und lass mich wissen, wann du es landest. Auf geht's. Und mehr fliegen. Hör mal, fliegen macht Spaß, oder? Fliegen macht doch Spaß. Das Rot für Morningstar, Lila für Saints, Blau für Deckers und Grün für Luchadores. Ja. Au. Waaah. 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 Ich habe keine Ahnung, was gesagt wurde. Das war ein Hypolog, wenn man nur die Hälfte versteht von einem Gespräch. Ah, hilf. So, bringe den Sender an. Klar. Steige den Hubschrauber. Bin dabei. Komm. Beeil dich, alte Plunzel. Oh mein Gott, ich muss niesen. Alles ist gut, ich lebe noch. Ach, das ist der Funkturm. Okay. Genau. Ja, ich glaube nie. So. So. Komm schon. Das war's. So, okay. Das war einfach. Hey, da bist du ja. So ist es. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Und du erst. Ja, bevor du anfängst. So. Du schaffst das. Los. Ich könnte beim New York Marathon mitmachen. Wo es da das Empire State Building hoch geht. Treppen steigen und so. Das war komisch. Uh. Papp. Und los. Schau. Die. Bitte sag mir, dass du genau hinter mir bist. Sehr gut. Und los. So, wo haben wir es denn? Da komm. Und los. um okay Oh Easy as pie So Begebt dich zum interviewen wir haben es jetzt nur sechs minuten gebraucht glaube ich Schon wieder ein hypholog Ich weiß sogar wieso weil wir das radio nicht anhaben Das problem ist wenn ich das radio anhaben kommt musik und musik ist copyright und copyright heißt Das sind Die leute die mich abschießen wollen wegen musik die nicht Lizenziert ist von mir ich weiß nicht ihr wisst was ich mein copyright strikes und so Oh Bab Au Fotze So Mach mal auch ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen leichter Boop Au Hab sie Okay Okay Doggen Okay come Gotcha Ähm Wurzelhülle Ach was auch immer Sprich mit Jane Valdorama Spricht mit Jane Valdorama Alles klar. Bullets, son of a bitch. Bullets and a target. Bullets and a target. Alles klar. Gotcha. Damn it! What did you do? What did I do? I don't fucking know. Learn to fucking fly! Oh, shit. Matt Miller. Der Charna of a Gigolo. In der Garage eines Subicits. So, noch eine Respektstufe nach oben. Mehr Bargeld. Schwing! Wir haben anscheinend mehr Fähigkeiten. Beidhändig MPs, auf jeden Fall. Wenn ich das noch nicht hatte. Puh. Ähm. Naja. Oh je. So. Das war doch spaßig. Ähm. Keine Ahnung, wieso wir hier sind. Taxi! Taxi! Und auf geht's. Das hat doch spaß gemacht. Ähm. Na. Äh, schieß mich nicht. Nicht erschießen. Auto, 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 Auto. Oh ja. Tüdelü, ihr blöden Wichser. Ähm. Ja. Sehr gut. Ich müsste vielleicht jetzt noch irgendwo unterkommen. Nur wo? Wo könnte ich? Uh, warte, 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 warte. Oh, warte, warte, warte. Simos. Simos. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Mm, 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 mm. Mein Name ist Edwin Gman. Seinsmann nichts mehr. Das ist, let's play. Saints Row, the third. Mit mir, Edwin Gman. Das wisst ihr aber schon. Ha. Okay, bis dahin. Ciao.